hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hier bei diesem kanal hier bei der guckst du landwirtschaftssimulator 2022 bzw landwirtschaftssimulator 22 in der letzten folge haben wir eine neue route eingefahren welche wir noch mal überprüfen müssen beziehungsweise den zielpunkt müssen wir noch mal überprüfen weit zum hof wie wir sehen fährt er fährt auch ohne probleme so wie es aussieht wir haben kühe gekauft die stehen hoffentlich jetzt auch in anhänger drin da stehen sie die rinder zwölf stück und werden dann mit unseren großen kuhhalle einmal bestücken die kreuzung hier hinten habe ich noch nicht normal bearbeitet waren noch nicht bearbeitet sagen wir so werden aber noch bearbeitet von mir damit diese auch besser aussehen dass die in der mitte fahren die lkws oder die fahrzeuge generell an der kreuzung gefällt mir eher suboptimal aber wir versuchen mal jetzt was ob er von hier die kuh weiter anfahren kann kann er nicht warum nicht ganz klar weil ich hier die kreuzung ist hier könnte man zwar schöner machen machen wir auch mal schnell schöner ich liebe diese funktion damit man jetzt eine kurve erstellen kann gut das war es auch nicht aber hier die kurve ist vorhanden den kühlen kann ruhig ein bisschen schlecht werden deshalb so wird solange sie keine schlechte milch geben hier fehlt doch was oder nein ist doch da wir sollten viel leicht es doch ja ich schau gerade mal wo der fehler ist damit die abbiegen können müssen die da lang fahren können aber irgendwo hat sich hier noch ein kleiner fehler eingeschlichen das wird mit sicherheit hier in diesem in diesem bereich liegen er muss von hier von hier nach hier abbiegen ja kühe tut mir leid findet einfach kein weh das ist aber da alles doppel strecker dieses problem werde ich dann zu einer späteren zeit noch mal angehen zur not die komplette kreuzung dort nochmal neu machen genau da werden die tiere angeliefert wenn man mich zu fahren sieht könnte man glatt denken ich arbeite bei zwift ein us amerikanisches unternehmen mehr möchte ich diesbezüglich erstmal nicht sagen die sind da so ein bisschen komisch da sind unsere kühe hier passen insgesamt deutlich mehr kühe rein um nicht zu sagen um nicht zu sagen ja wenn ich es ins kopf hätte wäre es natürlich jetzt noch besser 80 diesbezüglich werde ich jetzt auch noch mal eine runde ihn fahren lassen noch mal ein paar kühe holen noch mal zur vielhandlung aber wir begeben uns zu unser farmhaus damit es hier vorangeht werden wir jetzt einmal vorspulen in der zeit ist ja locker zum farmhaus zu fahren eigentlich und wir werden dann mal schauen ob wir noch die fäder anfangen können abzuernten in dieser folge noch nicht mal schauen eigentlich müsste gleich das feld 51 umspringen dass es geerntet werden kann gut hätte ich jetzt gedacht dass der gleich die zeit vorspult und ihn da hinstellt hat er aber nicht gemacht von daher müssen müssen wir es jetzt leider so akzeptieren aber wir sehen was anderes feld 51 ist endlich ernte bereit damit können wir jetzt definitiv sagen wir fangen mit unserer hofarbeit endlich an so und gut stimmt die route hier noch raus löschen weil ich nicht mit cosplay arbeiten möchte gerade daraus bedingt dass cosplay und autodrive bei dreischern sich noch nicht abtankt so wenn er bei 60 prozent ist müsste er eigentlich abrufen abtankt ab 60 prozent genau wird er den helfer rufen wir gehen diesbezüglich aber jetzt zu unseren vier händler und holen noch einmal ein paar kühe ab in den nächsten schritten müssen wir dann gucken das war definitiv ein trailer anhänger damit wir uns kaufen besorgen für Milch damit wir die Milch verkaufen können wir hatten ja letztes mal die alte Kuh gekauft wir werden dies jetzt allerdings die von den neuen Kühen also mittelalten besser gesagt äh welche kaufen damit wir dort auf jeden fall gut aufgestellt sind jetzt werde ich ihn auch selbstständig fahren damit ihr auch seht ich kann ordentlich fahren und dadurch dass ich ja mit dem Joypad arbeite oder dem Controller besser gesagt ist es natürlich auch etwas flüssiger als mit der Tastatur vorbeigefahren schade aber dann fahren wir halt hier rein so liebe Kühe wir sind an euer neuen Zuhause angekommen und ihr dürft bitte einmal aussteigen 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 die Kühe so damit haben wir 24 Kühe in der großen im großen Kuhstall eigentlich könnten wir jetzt nochmal fahren mit Jungkühe würde ich sagen dass wir nochmal fahren hier ist was gar nicht angebunden naja so findet man doch mal Fehler jetzt hat er komischerweise eine Route gefunden na gut also aus der Richtung kommt er raus außerdem nicht ja gut ist halt so und man sieht dass da schon was geschehen ist auch wenn die ein bisschen komisch dastehen er will auf jeden fall den Teucher abtanken mal schauen wie viel 70 Prozent also abgetankt werden muss er ein vielleicht sogar zweimal ist natürlich bei diesem kleinen Feld ja möglich dass es daran liegt weil es so kurz ist und er schon wieder tanken wenden muss dass er deswegen nicht ähm die Möglichkeit hat überhaupt abzutanken bei den größeren Feldern ist es dann was anderes ja und sowas gibt es halt bei äh Curseplay nicht damit hier sowas stehen bleibt aber ja ist halt leider so wir lassen den einfach mal arbeiten schauen nachher nochmal vorbei ich wollte mal schauen ob wir eine Ballenpresse hier stehen haben aber nicht ah wir brauchen aber eine Ballenpresse und da wäre mir am liebsten eine Ballenpresse die auch gleichzeitig einen Wickler bei hat also nicht sowas die hat einen Wickler und die hat auch einen Wickler die Folienfarbe war das die genau mit mit dreher gleich ah die fast war eigentlich die besser aber die können wir uns nicht nicht leisten, aber die Impress können wir uns leisten mit. Grüner, ja. So, dann schicken wir mal den Fast-Track zur Impress, ihr merkt, jetzt wird definitiv hier die Arbeit stattfinden, jetzt geht's los endlich, mit richtiger Arbeit. Da hat er eine Kollision erkannt, während er fährt, schauen wir mal hier, ob er endlich abgetankt wird, auf jeden Fall wartet er drauf und er versucht hier seinen Weg zu finden. Steht natürlich gerade suboptimal da, deswegen starten wir den einfach mal neu. Okay. Auf dem wir gegen das Podest fahren, Haus. Was machst du denn hier? Der ist noch direkt da. Der versucht immer gerade von hinten abzutanken. Deswegen sollte er jetzt, er will unbedingt nochmal eine Runde fahren. ist natürlich jetzt suboptimal, dass der so dicht hier an die Häuser immer steht. Ich liebe es, wenn ein Plan nicht funktioniert. Na gut. Tank einfach ab. Tank ihn doch einfach ab. So. Ernsthaft? Du brauchst doch nur ein Stück vorfahren, dann bist du da. So. Bleibst du mal stehen? So. Jetzt können wir ihn schon stehen lassen, gehen nochmal in die Einstellung, dass er irgendwo So war hier noch die Einstellung mit Abdeckung. Auf Feldbegrenzen? Ja. Gerade bei so einer dünnen, engen ist es immer besser. Genau. Ach, lass mal so. Mach wieder Autodrive an. Genau. In der Hoffnung, dass er jetzt so ein bisschen besser klarkommt miteinander. Dann haben wir hier unseren Fast Track. Damit wollten wir ja die Impress zum Feld 51 fahren. Hintereinander weg wird hier gearbeitet. Und das ist das Schöne mit Autodrive. Und Kurzplay dann kann man es auch machen. dass man sagt, man arbeitet hintereinander weg. Ich werde dazu jetzt auch mal was, ist nur ein Versuch, ob er es macht. So. 53. Den Kurs können wir löschen. Den Kurs 51. Oh nein, der fährt gerade noch zu. Ach, den lassen wir erstmal fahren. Aber das sehen wir in der nächsten Folge, wie er angekommen ist und dann seine Ballenpresse startet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Für alle Nicht-Abonnenten. Abo ist möglich. Und die Glocke. Gebt euch jetzt sogar Bescheid, damit ihr kein Video mehr von mir verpassen könnt. Ich bedanke mich, bin raus und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.